Das Nachrichtenmagazin Profil feierte gestern die Vorverlegung seines Erscheinungstages von Sonntag auf Samstag. Naja, manchmal ist es kritischer, manchmal ist es weniger kritisch, aber das gehört dazu und das ist die Aufgabe von Journalismus. Das ist der Kern einer Demokratie. Also ich habe aufgehört, mich über Dinge zu ärgern. Man nimmt die Dinge hin, man analysiert, vielleicht überlegt man, was man besser machen hätte können und versucht es dann in der Zukunft anders zu machen. Jede Meinung zählt und das ist schon gerade, glaube ich, für Politiker sehr wichtig, das auch ernst zu nehmen. Interesse, was in der Zeitung drinnen steht, das ändert sich nicht, egal ob angespannt oder nicht. Entschuldigung! Wie geht es? Ganz gut, wir haben hier, das hier in der Zeitung der Kassenstechnung, denn ich bin ganz gut, ich bin ganz gut, ich habe es nicht gesehen. Ich gehe für eine richtige Zeitung zu machen, das ich möchte, ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut, ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut, wenn ich bin ganz gut, ich bin ganz gut. Vielen Dank.